King Birg ist mal wieder unterwegs in Hochding. Meine Haare sehen wieder schrecklich aus. Heute gehe ich mal mit ihm zu meinem Lieblingsfriseur. Haarstadio Bilos. So sieht das jetzt der neue Laden aus. Schau mal den mal an. Einmal hier. Schön groß auch. Meiner Meinung nach tausend mal besser als ein anderes. Jetzt gehen wir einmal drinnen. So sieht es aus und drinnen. Da hinten ist mein Chef hier. Wie geht's? Alhamdulillah gut. Was ist ein riesiger Spiegel hier? So ist es nicht? Hier haben wir. Hamza, was solltet ihr normal oder? Oh, das werde ich sehen. Aber warum? Ich hab die Bilos spezial. Oh. Mal sehen, das wird ein Spaß heute. Mal sehen, das war. 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 Mein Bad sieht erstmal so aus und gleich wird sich das ändern Guck mal wie ich aussehe wie beglockt Aber was sind wir hier? Ich war nicht jetzt schon, seht ihr das? Alter Ich sehe ihn It was at this moment that he knew he fucked up Ah! Ich verraschend oder was? Ich hab nicht gesagt, du bist so in Deutschland Ah! What? Ja, ist das selbe Ich verraschend? Ah! Alter! Ei! 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 Du hast mich gepoppt drauf, ey! Alter! Ah! Ah! Die B-Wings sind gefährlich, ja! Ah! 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 Auf jeden Fall, das mach ich nur einmal im Jahr Leute, das ist echt krass, ey! Das sind meine gewisse Haare Ich glaube, das müssen die gar nicht sehen Oh! Oh! Guck mal, ey! Äh! 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 Ja! Auf jeden Fall! Es wird jetzt wieder meine Haare waschen Auch wieder Kopfmassage Auf jeden Fall! Magida! Ade! Ade, Bruder! Jetzt geht die Party auf! Ah! Ist es kalt oder ein bisschen wärmer? Wärmer! Der King will noch ein bisschen wärmer! Wärmer! Ja, klar! Jetzt kommt meine Gesichtmaske drauf Hier Seht ihr gleich wie das aussieht danach Ich hab jetzt meine Gesichtmaske gekriegt Das Brennt Meer Das ist okay! Das ist perfekt. Ich komme jetzt mal zum Ende. Ich hoffe, ihr habt euch was Spaß gemacht hier. H-Studio Videos. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das auch machen wollt. Und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Hab ich jetzt, Jungs? Schönes Wochenende. Ciao.